Ich hab eben auch die Art dem Gamm besorgen gehabt. Zweiter Rücksicht, einer war... Der erste war Kacke. Der zweite war... Geil, aber... Elf Kilo. Elf Kilo ist Quart. Elf Kilo ist Woffi. Ähm... Der Ding ist scheife laut! Die raus? Jaha. Wo ist er denn? Ja. Bleibt kass. Obwohl es geht. Das habe ich mir dazu gehört. Für... No. Das kam nicht von mir. No. Das macht er auch nicht. Nein, nein. Das geht noch. Das war auf Amazon. Das war gut. 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 Das macht halt viel. Noch weniger. Wenn ich rumgucken. Über kleine Zeit, weil die 1.5 ist. Und alle Existenz, weil die 1.5 ist. Gibt es 4 Tage. Wie laut. Wie doof bin. Das ist wichtig. Also, aus dem Kisschen. Ich kann doch mal die Gäste mit dem Kisschen. Ja. Das ist dann zu klar. Okay. Das ist jetzt gerade ein Fischchen. Und jetzt habe ich gesagt, dass ich jetzt gerade noch was ausgerichtet habe. Und ja, dann... Das ist jetzt schon wieder. Und das ist jetzt wieder. Und das ist jetzt wieder.